Na los, leg deinen Hundeblick auf, das wird der Bringer. Du weißt schon, bettel! Mach den Hundeblick! Was? Den Hundeblick? Was heißt denn das bitte? Ich bin an den einzigen Hund gefesselt, der nicht weiß, wie man bettelt. Okay, wenn du was zu essen... das Gegengift willst, musst du unbedingt genau das machen, was ich dir sage. Nein, das kannst du vergessen. Du bist ein erbärmliches Wesen der Finsternis. Ja, ja, geschenkt. Aber wo das geklärt wäre, bitte ich dich ein wenig den Kopf zu neigen. Das wirst du doch wohl hinkriegen, oder? Komm schon. Weiter, weiter... Ach, das ist doch albern. Nein, 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 lass uns daran arbeiten, bitte. Du hast es beinahe. Oh, Mann. Okay, mal auf die andere Seite. Na geht doch. Stück höher? Ah, runter. Jetzt ein kleines Lächeln. Nee, nicht lächeln. Lass dein linkes Ohr hängen. Das andere links. Okay, das andere war besser. Und jetzt mal beide. Bleib so. Genau so. Und jetzt guck mal ganz leicht nach oben. Essen fassen, Baby! Oh, hier, kleiner. Ja! Oh, sie, der ist ein Kerler. Oh! Oh, ho, ho, ho. Hop, leute, Kaiser! Oh! 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 Oh!